Ich glaube, alles, was passiert, sind Schwingungsprozesse. Und wir produzieren ja auch gerade im Moment eine Schwingung. Und diejenigen, die uns jetzt zuhören, die spüren, ob diese Schwingung etwas, ob das bei Ihnen resoniert. Also ob das was mit Ihnen zu tun haben kann, dass das irgendwie aufeinandertrifft. Und dann können Sie diese Schwingung, die könnte man ja auch als Musik oder als Frequenz im Computer darstellen, ob Sie die sozusagen mit Ihrer eigenen Schwingung jetzt verbinden. Also man hat ja selber irgendeine Schwingung drauf, man hat eben eine schlechte Laune oder man ist sogar voll Hass und Ärger. Und das schwingt ja nochmal ganz anders. Und jetzt geht es darum, wo suche ich mir eine Quelle, die meine Schwingung moduliert. Und jetzt hoffe ich, dass wir gerade eine Schwingung produzieren, dass die bei dir zu Hause, wo du dir dieses Video anschaust, dass du diese Schwingung übernehmen kannst und sagst, ah ja, das fühlt sich für dich gut an. Das Fantastische ist, du kannst lernen, dir selber deine Schwingungen zu produzieren, mit denen du gesund und glücklich wirst. Das nennt sich Selbstheilung.